ich grüße dich glück auf und c'est das wird ein ganz kurzes video ihr seht das bei meinem bildschirm sei echt nicht perfekt es gibt einen fake thomas der da draußen rum rennt auch mit einer roten brille und ich möchte euch kurz und knapp nicht auf die details eingehen deswegen aufpassen nicht darauf reinfallen und zwar das ist mein richtiger telegramm account da ist meine nummer und ihr erkennt das an den benutzernamen es gibt nur ein onkel tomic 83 und keinen zweiten keinen dritten und keinen zehnten in polska oder sonstiges ja da draußen sind wohl viele menschen die meinen die müssten hier sachen fälschen hier ist der fake account sieht dass man hat einfach ein foto hinzugefügt die nummer ist falsch onkel atomic das gibt es nicht das ist einfach nur quatsch und einfach nur ihr habt gesehen habt den text abkopiert aber noch mal links ist der richtige rechts ist das fake account oder der fake mensch oder die menschen die da drin stecken aufpassen der mann mit der roten brille schreibt dich nicht an er ruft dich nicht an er kontaktiert dich nicht ich mache videos mach meine links da rein und wenn man in dem invest drin ist dann kann man gerne mit mir kontakt aufnehmen von mir werdet ihr nichts hören niemals ich rede nur mit freunden und engeren bekannten also in dem sinne sei bitte wachsam lass dich nicht von irgendjemandem an quatschen bei mir weißt du das jetzt und die menschen die mich kennen ich quatsche die nicht an ich mache youtube instagram und das war's wenn jemand dich mit diesem account anquatscht löschen blockieren und melden also in dem sinne sei wachsam glück auf und tor wie zenja macht's gut